Forgiven for my wrongs, I have just begun Guten Morgen Alter, ich könnte es ja wegschmeißen, hey 9 Uhr 24 Ich glaube, ich habe einen Bandscheinwerfer Ben, nur auf so scheiß die Somatten Ich weiß nicht, wie ich wieder auf den Kopf hände Ich habe diese dünne Plastikzeug Eine Matratze und einen Lattenraster Und das Geile ist, ja, meine Kissen sind einfach meine Klamotten, die ich jetzt dabei habe Und dieses Schlafsack ist einfach ein gefühlter Halbmeter zu kurz, genauso wie das Zelt Fuck Wir haben draußen parken müssen, ne? Wir haben draußen parken müssen Wir haben draußen parken müssen Wir haben sogar Milch Milch? Geil Wir haben alles, da ist ein ganzer Laden vielleicht Essen Wir haben draußen Ich bin gespannt, wie es ist Das war's für heute. 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 Hallo. wo man schon da steht und der Weg immer zu den einzelnen Etappen ist einfach, sag ich mal Alex, immer schön Wald und das geile ist, schön kurvig, Auffahrt, Abfahrt und überall hocken sie dran und feiern dich, wenn du einfach Gas gibst. Haben wir auch ein paar Mal draufbekommen, wie die Leute gefeiert haben. Und vor allem überall Berge und einfach geile Aussichten. Ja, also die Straßen hier sind wirklich top, also man muss nicht mal schnell fahren, einfach das Kurvwege, das ist kombiniert mit der Aussicht eigentlich super toll. Also ich glaube, wir werden ab jetzt jedes Jahr zum Bordesee gucken, vor allem schaut ihr mal die Landschaft an. Und das Coole ist, weil nachts siehst du eine Richtung, die zum Fahrkassé fahren, die anderen vom Fahrkassé zur Tankstelle fahren und das ist einfach ein ewiger Kreislauf. Die ganze Zeit scheppert es vorne, hinten, links, rechts, überall sind Autos, überall sind Leute. Also Bordesee muss man einfach erlebt haben. Okay, ich kann schon ausmachen. So, jetzt haben wir gerade 20 Euro Zeit. Wir wurden gerade gelasert mit 70 kmh in der Hots. Ich check hier einfach diese Schilderung, Schilderung nicht, weil die einfach komplett bescheuert. Alex, mach nicht die Kamera, das muss man sich ziehen. Geile Scheiße. Aber... Was soll der Scheiß? Aber einfach nur 20 Euro. 20 Euro, voll nett. Und wir wurden gewarnt, das jeweils kontrollieren. Also, schau mal die Schilderung. Was ist das für eine Scheiße eigentlich? Jetzt sagen wir mit uns. Bis zum nächsten Mal. Jetzt warst du dich, Bruder. Toll. Trotzdem ist man längst, gell? Oh, mein Gott, da ist... ... in die Richtung. Hau ab, du Scheiße. Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Oh... Oh... So ein Reisiger. Post ... Oh... Ja, ich brauche zusammen.